Auf geht's in die zweite Spielbette. 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 Auf geht's. Auf geht's in die zweite Spielbette. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf Wiedersehen. Das war's. Applaus 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 29 min Strafbar für die Hansa Highlight Es trifft die Nummer 17 Niko E. Maymann 2 Strafbar unter dem Weg Beinstell Applaus 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 Das war's. Der Tor hat die Scheibe auch mal festgehalten, gegen zwei, vier, drei. Jetzt ist es weiterhüter. Ja, das ist noch mal. 29. Spiel die Hütte. Tor für unsere Gäste, also wegen der Vorlage. Der Tor kommt von Nummer 87, Silvester Silikis. Der Tor steht unter 17, Ivo Schön, neuer Spielstand 2 zu 2. Bis zum nächsten Mal. Kiel, Kiel, Kiel! Musik Das war's für heute. judgmental Applaus 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 Das war's. Applaus Das war's. Es trifft die Nummer 22, Daniel Kehling, zwei Strafminuten wegen Stoffschlag. Die Nummer 22, Daniel Kehling, zwei Strafminuten wegen Stoffschlag. Die Nummer 22, Daniel Kehling, zwei Strafminuten wegen Stoffschlag. Die Nummer 24, Daniel Kehling, zwei Strafminuten wegen Stoffschlag. Die Arme in einem neuen Spielstand. Halt auf, Heike! Danke! 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 Wollen wir uns wieder einseitig vorstellen? Wollen wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen. Wollen wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen. Wollen wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen. Wollen wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen, dass wir uns wieder einsteigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Das war's. Sie ist ein Notwürdigstück heftig, ey! Heilig, 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 Heilig! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 39. Spielminute. Strafvoll für unsere Gäste aus Frieden. Erstensspieler Mitte Nummer 20. Lennart Löcher. 2 plus 10 Strafminuten. BGC gegen den Kopf. Strafvoll für unsere Gäste aus Frieden. 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 Vielen Dank. Und so in der ersten zweiten Spiel, die wir am Spiel standen haben, 3 zu 2 und wir können die Hälfte spielen.